Bei der letzten Aufnahme haben wir ein bisschen vergeigt mit den Wegen. Jetzt müssen wir mal schauen, können wir noch irgendwo anders lang hier? Ne, wir können definitiv erstmal nur hier lang. So, jetzt sollten wir hier wieder lang gehen. Jetzt sind wir wieder oben. Tom, ich will einmal fliehen. Nein, ich kann nicht fliehen, verdammt. Nein, er konzentriert sich auch noch und ich hätte doch angreifen sollen. Ah, dann gehen wir auf den konzentrierten Deck. Ja, Jessica. Gehen. Und damit der sicher einschläft, kriegt er noch einen Schlummerfall. Dann halt so. Ah, der nicht... Ist der, der sich konzentriert? Ne, der fliegt natürlich. Okay, Merkurstoß. Ich bin sicher, Jessica darf sein. Sommerstab benutzen und den auch noch. Konzentriere dich nochmal, super. B wacht auf. Das juckt uns eher weniger. Hast du es gehabt. Bittchen. Slap. Weck und slap, dit. Heilung. Die Energie noch. Warte mal, ist das jetzt wieder... Okay, es muss ein anderer Weg sein. Es muss ein anderer Weg sein, sonst verwirre ich mich hier. Ohne Ende. Ich habe nicht gelernt, wo ich lang muss. Und den letzten. Das ist schon mal gut, dass der in Schlaf versetzt ist. Dann gehen die mir nicht auf Eier. Ah, ist das denn wahr hier? Da gibt es halt das. Den auch noch. Die sind so flink, die Mistviecher. Das ist unglaublich. Z-M-A-U-N-U-S-A-Flingheit drauf, Mann. Ah, 10 auch noch. Ja, genau. Und du brauchst nichts davon, du Arschgeige. Einmal machen wir es noch. Das kostet mir zu viel Mana sonst. Naja. Ah, Gott sei Danks. Einer down. Nein. Nein, noch nicht immer meinen Leuten Magieanzug nehmen. Bitteschön, hier. Böser. Mit ins Auge rein. Nochmal zustechen, tot. Ich könnte kotzen bei sowas. Naja, das kann hier unser... Erdretter Mann hier machen. Weiß ich, ich muss ja hier schon... Vielleicht den Hinterren wegnehmen. Ja, geil. Was kostet das? Vier? Ne. Das Risiko gehe ich nicht ein, dass ich da... ...vier Punkte verschwende. Machen wir halt, äh... ...gehen auf die Dreiergruppe. Am besten machen wir den mit Anjo schon weg, dann ist der schon auch weg. Dann kann der sich nämlich auch nicht mehr konzentrieren. Okay, zwei schon mal eingeschlafen, nur nach vier gehen. Ja. Unglaublich. Der hat sich konzentriert. Der hat sich konzentriert. Äh... Mal vielleicht noch einen Kuss an, damit der aufhört und der eventuell... Ein schlimmer Schlaf mir gut. Zwei. Num, 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 num. Ja, konzentriere dich nochmal, dann bist du nämlich jetzt hoffentlich platt. Oh, nee. Da können wir... ...euch die Dinger benutzen. Ne, machen wir auch hier Angriff. Jetzt gehen wir rein rum. Die wacht auf, der ist schon mal tot. Super. Das ist klar. Jetzt müsste der eigentlich ganz schnell... ...tot zu kriegen sein. Und was hat er drinne? Heilkraut. Toll. Was geht eigentlich? Aber egal. So, hat er noch genug? Gehen wir nochmal hinten rum. Will diese Höhle mich einfach verarschen? Ne. Ich fliehe hier nicht. Aber ich muss, glaube ich, erst... ...die kaputt kriegen. So, müssen wir halt ein bisschen Wanne ausgeben. Ja. Scheiße, wo geht das denn lang hier? Down, okay. Ne. Zack. Zack. So. Dem passiert natürlich nichts. Jetzt kriegt unser Wackeldackel da hinten erstmal was auf der Fresse, damit er uns keinen Mane entziehen kann. Heute ein bisschen lahm unterwegs, anscheinend. Aber doch nicht. Zu früh gefreut. Ne. Schon richtig, aber auf den... ...auf den... ...auf den... ...und auf den da, der Maulwürfe noch weiter pennt. Okay, nicht mehr. Natürlich wach geworden, ja. Aber tot. So liebe ich doch meine Gegner. Ah, schon wieder Salz. Okay, wir gehen jetzt gerade aus. Das heißt, das ist alles nur verbunden. Das heißt, wir müssen hier irgendwie einen Weg finden. Hier komm ich doch wieder raus. Hallo? Was ist das für ein Verwährungslabyrinth hier? Tschüss. Na, Magieentzug, ich krieg' ein Rappel. Ja, konzentrier du dich mal. Okay, solange die Mana an sich nicht aufgepumpt haben, können wir eventuell... ...at versuchen... Boing. 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 Tot. Oh ja, machst du den platt. Okay, der konzentriert sich schon. Scheiße. Probier's einmal. Sowieso nicht mehr so viel bemanen, hab Punkte bei dem. Mal gucken, wie ich da durchkomme mit... Na, das gibt's. Lass die mich verarschen oder so? Geht's gleich in eine andere Abwehrstellung. Geht's auch ab. Du kannst nix mehr sehen. Du hast doch keine Ohren, oder? Was sind das für komische Zappeldinger da an deinem Ding? Let's go down. Jetzt aber. Jawoll. Jetzt geh' ich mal hier lang. Geh weiter, schau mal. Ach, geh, 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 geh. Ach, Schlammhänder. Seid als erstes down. So, dann kann Jessica den machen. Und... Wir machen eventuell noch den. So. Tschüss. Tschüss. Ah, tschüss. Oh, eigentlich mal ne gute Nachricht, dass die pennen können. Bitte, werdet nicht wach. Soll immer alles ausspielen, dass die sofort... ...down gehen. Oh, ein schnellen Angriff hier. Da war ich auch schon. Bin ich so blöd oder so? Ich frag' einfach nicht, warum hier noch ein Gang nach unten ist. Ich frag' einfach nicht. Oh, warum? Warum so viele fucking awesome? Warte mal. Komm, geht ihr beide mal drauf. Ich mach' das mal mit. Und alle Feinde hier. Also, tschüss. Tschüss. Ah, jetzt kriegen wir's auch noch ab. Immerhin alle auf einmal plattgemacht. So, schnell einen guten Angriff. Jetzt müssen wir mal Jessica heilen. Anscheinend. Weil die alte, wer so viel Mist gebaut hat hier. Die hat nur Hintertür. Das ist auch geil, dass die keine Magier hat. Und die hat ja nur Strange. Haben wir den noch?